Moin Moin ihr Lieben! An alle, die entweder keine Lust haben auf überflüssige Klicks oder diese Leiste hier total hässlich finden, ich habe was rausgefunden. Ihr haltet einfach, wenn ihr ausseht, eure Steuerung oder Control-Taste gedrückt und dann machen wir das so, wie wir es gemacht haben, bevor es den Schnellsack-Button überhaupt gab und brauchen diese hässliche Leiste nie mehr sehen. Okay, tschüss!